Herzlich willkommen in diesem Video geht es um die drei besten Heizstrahler. Das High-End-Produkt in unserem Heizstrahler-Test geht an den ICQN 2300W. Der elektrische Heizstrahler bietet mit 2300 Watt höchste Infrarotheizleistung. Mit seinen vier Heizstufen zwischen 730, 1170, 1650 und 2300 Watt passt der Infrarotheizstrahler sich ganz an ihre Wünsche an und eignet sich perfekt für Terrasse, Außenbereich, Balkon, Innen- und Außenbereich. Holen Sie sich mitten im Winter den Sommer nach Hause mit unserem Infrarot-Standheizstrahler. Dank der hocheffizienten Infrarot-Carben-Heiztechnik wird bis zu 90% der elektrischen Energie in wohlige Wärme umgewandelt. Der Standheizstrahler sieht nicht nur elegant aus, sondern überzeugt auch durch seine Benutzerfreundlichkeit. Mit der mitgelieferten Fernbedienung können Sie es ganz bequem bedienen. Haben Sie Haustiere oder Kleinkinder im Haushalt? Mit dem Umkippschutz sind Sie sicher. Der Heizstrahler bietet höchste Wärmeeffizienz, indem es die Wärme aus drei verschiedenen Winkeln reflektiert. Den besten Preis findest du unten in der Videobeschreibung. Der Qualitätssieger ist der Amazon Basics Heizstrahler. Gasheizstrahler aus hochwertiger Edelstahlkonstruktion mit einer Leistung von 13,5 kW. Benutzerfreundliches Bizzurzündungssystems per Knuffdruck zu bedienen. Ein Räderset mit zwei leichtgängigen Rädern ist im Lieferumfang enthalten und ermöglicht einen einfachen Transport des Heizstrahlers. Sicherheitskippventil, das die Gaszufuhr automatisch unterbricht, falls der Heizstrahler umfallen sollte. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Heizstrahler-Test ist der Kesser Heizstrahler. Der Strahler lässt sich in drei Heizstufen von 650 über 1350 bis hin zu 2000 Watt einstellen und sorgt somit für eine individuelle Wärme. Freuen Sie sich dank der hohen Leistung auf eine intensive Wärme in Ihrem Garten. Bedienen Sie den Terrassenstrahler zusätzlich ganz bequem aus der Entfernung und wählen eine der drei Heizstufen oder den Timer mit unserer mitgelieferten Fernbedienung. Die Heizstrahler sind leicht zu transportieren und höhenverstellbar von 80 bis 210 cm. Dadurch wird das Drehen und Verstellen des gewünschten Infrarotstrahlers ermöglicht. Über das Display können Sie die Dauer des Timers ideal einsehen. Sollte die Fernbedienung nicht griffbereit liegen, lassen sich die drei Heizstufen komfortabel direkt am Gerät einstellen. Der Balkonheizer ist aufgrund seiner Qualität zu der idealen Wahl für den privaten und gewerblichen Gebrauch geworden. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like als auch einem Abonnement freuen.